Die sind schon da, 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 die sind bei mir, also rechts runter beim Lava Fluss, rechts unten beim Lava Fluss, wo sie davor waren, oder was? Die bauen hier etwas da auf. Wo, 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 Lava Fluss? Ähm, Dings, ähm, Vulkan ist einer. Ja, Wettwitter, die bauen hier, oh mein Gott, die bauen hier, die bauen hier auf. Wo denn, wo denn, wo denn Sachen? Bei der, bei der Klippe. Bei welcher? Hinterm Stall, hinterm Stall rechts. Okay. Ist das unser Quetzel, der bei uns in der Base fliegt? Aber das ist deren Peti, ne? Ja, ja, aber wo, wo ist denn hier bei der Klippe? Hinter unser Base, rechts. Ach, da. Hinterm Stall. Oh, Alter. Dann mal los, gönnt euch die. Wir haben Turrets, wir haben 6, wir haben 6 Turrets, pass auf. Ja, ja. Oh, ich hab den, ich hab den. Geht mal hin und holt die Munition. Ich lass die, die Munition, ich lass die nicht auftanken. Und holt die C4 Bazookas alles. Holt C4 Bazookas alles. Ich hab die alle, ich hab die alle. Ja, warte. Ich dropp die, die haben bestimmt ohne Ende Munition dabei. Ja, ja. Der hat miraden Turrets dabei. Gut, das ist gut, das ist gut. Äh, ich hol mir Raketenwerfer. Ja, mach, mach, mach. Schick die Dinos, schick T-Rex und alles rein. Lass sie die Dinger nicht aufbauen. Toll ist rein. Fack, die Turrets sind safe. Haben wir Rocket Launcher Munition irgendwo drin? Ähm, ich glaube, ein Dings in dem Set ist einer. Lappargini. Lappargini. Tomahawk bekommt ein Arschtritt. Oh, Genie. Jason, ich weiß nicht, ob sie Turrets sind. Wir haben keine Raketenwerfer Munition. Sind die Turrets voll oder nicht? Ich weiß nicht, irgendwas hat auf mich geschossen. Wow, what zur Hölle ist das für ein Bracking-Scheiß-Bug? Ja, ich glaub nicht. Leute, holt den T-Rex. Tankt die Munition einfach easy leer. Das bist du schon da? Ja, wir haben keinen Gunpowder für Raketenwerfer. Warte, ich gucke an. Ich weiß, wie ich das mache. Ich stelle meinen Pity weg in Ränder mit C4 an. Scheiß drauf. Ich fick den. Tankt dann, du kannst das nicht selber zünden. Das musst du mit welchen von dir zünden. Ich kann das selber zünden. Ich leg das an dir in ihre Base dran und dann... Oh, Alter. Nein. Ich kann die Turrets wegdenken. Sag mir, wenn ihr wollt. Wir machen das im Team. Wir müssen noch irgendwie Zim... Noch Dings. Gunpowder haben. Ich kann auch tanken mit dem T-Rex. Ja, ja, geht rein, geht rein mit dem T-Rex. Tankt einverleihung. Haben wir einen von uns gegrabt? Nein, 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 nein. Komm, auf die Bowler. Einer muss auf die Bowler. Ja, das ist das... Nur das eine Geschützschieß, ne? Ja, weil... Die anderen schießen nicht mehr. Ich hab die abgeblockt. Äh, wo? Nein, komm, die schießen nicht. Nur das eine schießt. Selbst wenn ich hier direkt vor den Stör. Haben die noch einen Geschütz hier? Komm mal, einer bitte auf die Bowler. Wir holen deren Quetz. Unicorn Party ist auch hier. Unicorn Party ist auch hier. Unicorn Party ist auch hier. Oh mein Gott. Lass dich raus. Ja, Anticke, komm, 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 komm. Ich snipe auf den Quetz, äh, Dude. Also, ist da jetzt Monier drin? Also, kann ich mich nähern? Okay. Wo ist denn? Wo ist denn dein Quetz? Ja, äh, weiss, dit, dein Ding ist es fast. Der kommt grad an mit ner Bowler. Ja, ja, ich weiß. Bola, 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 aufpassen. Kann nicht hier stehen. Ja, deswegen brauch ich halt auch einen auf ner Bowler, aber keiner möchte. Ja, komm, wo bist du? Wo bist du? Ich komm. Ja, neben dir. Schon seit 10 Stunden. Fällt drauf, ne? Ey, da ist einer, der will. Warte, warte, ich muss. Also, das Unser. Pass auf, ne, wir haben ne Bowler, pass auf. Spreng mal das Gebäude von denen auf. Ich hab's nicht, also, ich versuch's. Bowler. Oh, die haben Riech. Ja, ich kann nicht mehr tanken. Okay, eigentlich egal, ob der T-Rack stirbt, ne? Ne, ne, bring den wieder weg. Ich bin drauf. Pack den einfach rein. Ich bin drauf, Bowler. Ich muss so voll hin. Ich hab nicht genug C4 dabei. Ich muss nur C4 holen. Bleib einfach drauf. Schild an dem. Tomahawkangriff gibt es nicht. Oh, nein, ich hab deren Bowler schützen. Oh, er stirbt. Oh, nein, er fällt. Oh, nein, ein Adler, aber... Wird der Adler es schaffen, zu entkommen? Oder wird er es nicht schaffen? Was ist denn hingedroppt? Mokalol ist ein AFK-Quertz, siehst du den? Ja, ja, ja. Wo schießt das, Jungs? Wo, wo, wo? Von rechts im Wasser, rechts im Wasser, rechts im Wasser. Die, äh, jetzt, gar keiner mehr da. Schieß ab, schieß ab, schieß ab. Jo, bist der da. Pörtl, irgendwann ist ein Schildkötter. Da denkst, wo die auch letztes Mal kam. Bisschen her, bisschen her. Okay. Irgendwann, über dem Floß an der Brücke ist ein Schildkötter. Irgendwas redet hier. Irgendwas reden, oder? Man trifft den nicht durch die Metallgegenteile. Fortress, knall den ab. Knall den ab. Schieß den ab. Über die, über die, über die, über die. Go, go, go. Jawohl, du hast ihn. Ist gebullert, ist gebullert. Ich steig ab, ich steig ab und töte den. Er schieß auf uns, schieß auf uns. Adler hat mich gegrippt. Oh mein Gott, ich erwische nicht. Die haben den befreit. Server Lake? Da ist einer, pass auf, pass auf. Hier ist einer vor unserer Weiß, mit dem Quetzel. Oh, und da habe ich den nächsten. Mich haben sie gegrappt, Pukka, ne? Also mich haben sie gegrappt, pass auf. Du, 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 du. Nein, bitte nicht, lass mich nicht los. Ich habe einen, ich. Adler. Haben wir irgendwo Autosniper-Munition? Ähm, guck mal im Safe. Ich krieg deren Base nicht auf. Wo sind die Leichen von dem, Pukka? Du musst einfach nur für ihr Z4 platzieren. Ist das so schwer, Anti-Enemy? Ist das dein Ernst? Oh Gott, was schießt du mit? Ist das dein Ernst, dass du es nicht schaffst, eine fucking Metal Base aufzuspringen? Nein, Z4. Ich bin ja gleich drin. Keine Side-Base, Sniper-Munition, vielleicht? Ich mach doch nicht, wie der Scheiß-Dingens ist, ähm, Gunpowder machen, gell? Ich werf der Autosniper-Munition hin. An nur 40, aber... Das ist gut, dann kann ich gern... Hinter dir. Ähm, jo. Sorry. Der Kampf geht einfach da weiter, wo der gestern aufgehört hat. Ich kümmere mich im Rocket-Launcher-Munition. Ja, warte, ich mach das Ding jetzt gleich auf. Ich muss halt jetzt Wiesmann, ich war halt... Nimm mal den Spino einer. Wer hat eben den Dings getankt? Nimm den Spino und geh weiter tanken. Der Adler ist tot. Der Adler ist tot. Der ist down. Der ist down. Sehr schön. Rise, kid? Ja, ja. Was ist das auf, Lecham? Außer hat der Dings-Fallschirm, hat der Typ. Der fliegt, glaub ich, in die Dings-Lover rein. Ja, lass dich das ganze Geer verlieren. Die machen halt eh nur Minus. Pass auf, lass dich nicht. Warte, ich flieg. Kannst? Bisschen, auf mein Knochen. Na, warte, warte, ich flieg raus. Ja, das geht schon, glaub ich. Oh fuck, der ist zu schwer. Hä, wieso ist denn der zu schwer? Achso, du bist auf mir drauf, deswegen bist du zu schwer. Warum kann ich denn von hier das scheiß Tor nicht öffnen? Kommst du runter, ja, du kommst. Warte, warte, ich stecke. Same. Was? Ich werde jetzt den hier Ding aufmachen. Ich mach die auf. Komm mit dem Rocket Launcher, warte. Ja, warte. Die haben ne Schildkröte, die schmeißen sie zu uns hoch. Wo? Ähm, unter den Klippen. Ah, ich seh die, ich seh die. Ja, wo alter Quetz schießt mit der Minigun. Wo ist der Quetz? Ich hab wieder den, äh, ja. Da, wo der Turm ist. Ja, den hat er grad rausgegriffen. Warte, ich tanken, Andy. Hab auch. Ne, die haben keinen zweiten Gun. Ich hab die Schildkröte, die haben die Schildkröte fallen lassen. Alle, alle Dings sind kaputt. Alle Turrets. Oh lord. Nimm die Munition, nimm die Munition, wenn die Munition haben. Ich kümmere mich um den Restblend. Hier ist die Fehler. Hier ist ein Spieler drin, da ist die Spieler drin, Antti. Der kommt raus. Ich kann ihn aber nicht spenden, weil das jetzt demoliert ist. Hallo, kommt der raus? Ja, warte. Ich hab die Muni. Was ist denn, Bastard? Ich hab die Muni, ich hab die Muni, über 200 Schuss. Alles bei uns rein. Wo soll ich, Stall oder? Quetz kommt, Jungs, Quetz. Quetz kommt, Quetz kommt. Mit oder ohne Schildkröte? Ne, ne, ohne, ohne, ohne. Die nehmen einfach Steine mit. Damit, keine Ahnung. Lol, die haben noch wieder einen, Alter. Die haben ja unend. Pass auf, die sind bei dir, pass auf. Ja, ja, wenn die hier reinkommen, dann ist Rippen für die. Dann ist vorbei. Oh mein Gott. Was da. Haben die das ganze C4 und so und so was? Alter Schwede, da war eine Leiche. Der hatte C4, der hatte Autosniper, der hatte alles. Was? Nein. Der war mit nem Stall so gestorben. Ne, ne, oben an der Türd. Von dem, von dem. Die Fels sind alle leer bei denen. Der einQetz schießt. Wo denn? Oh, der Quetz ist drauf gelandet, ich hab sie in die Luft gesprächen. Die Türds vom Quetzlichen gerstückt. Ist das der, woruntergeflogen ist? Die Türds vom Quetzlichen gerstückt. Schön gemacht, Anti. Die Tür ist schon 14, alle kaputt Ey, ich weiß nicht, die sind schlechter als der Dings, als dieser Jelly Rogers Raid Lass die mal trollen, lass die mal trollen Bucca, ich hab nen Raketenwerfer Lass die mal anti trollen Lass die mal anti trollen Ja? Lass die mal raus Lass die mal raus Hier Wo bist du? In der Base Hier In der Base Da sind noch 2 Turrets die kaputt gehen müssten Nice Net C4 für mich Die können hier gar nix mehr machen Oh, der hat dich gegrappt Jo Ich pack dich? Hab ich dich? Ne Komm ins Land Ich pack dich einfach Der Typ versucht mich zu grappen Natürlich wird er Oh, die haben jetzt ne Bohler Die haben jetzt ne große Bohler Bist du an Land? Nein, noch nicht ganz Jetzt bin ich an Land Evolution wird auch angegriffen Oh, die wollen Double Raid Wir haben dich Wir haben dich Wir pack ich mal in den Tresor Mucca Für dich Für die Not Okay? Ich hab deinen Vogel Danke Verstehe nicht Wo er mich droppen lassen will Ist er behindert? Ja, die droppen dich in einem Schwerthau den kaputt Ja, mach ich doch gerade Ja, mach ich doch gerade Sag, wenn der dich droppt Geht ihr weg Ich hab nur noch einen Schuss Ich hab nur noch einen Schuss Das ist voll Ich guck überhaupt jemand Ich muss ein bisschen chillen Ich hab keine Stamina mehr Ich suche in der Zwischenzeit Die Betten von ihnen Die sind da drin oder? Naja, die sind im Quetz drin Oder da wo die gestern waren Er checkt das halt echt nicht Der ist Alter, der ist ja richtig Aber der blutet nicht Was hat denn der für ein Level? Ja, der muss weiter Immer weiter Ich hab keine Stamina mehr Halt dich einmal komplett voll Die sind auch bei uns Die sind auch bei Evolution Ja, Evolution wird das verteilen Guck mal wie schlecht die sind Man, da muss man auch keine Angst vor haben Kannst du zwei Mann gegen zehn Mann kämpfen Mach mal noch bitte die zwei Turrets da kaputt Da sind noch zwei Turrets Ey, meine Stamina geht zwar nicht hoch Dass ich, wenn ich bei dem bin Nee Du musst ähm Du musst weiße Bären essen Aber kannst du auch nicht Nee Schlag solange bis du ohnmächtig wirst Dann fällst du runter Ja, ich will aber nicht runter Ich will den ja tot schlagen Den Quetz Kannst du nicht Aber solange nicht Mach dich einfach ohnmächtig Ja, warte Wenn ich jetzt hier Ja toll Dann werde ich eh sterben Dann soll er mich in meine richtige Position bringen Es ist besser Es ist besser als dass er dich abgefangen nimmt Deswegen schlag dich jetzt ohnmächtig Das dümmste was du machen kannst Ist wenn er dich gefangen nimmt Ah Das Problem ist das Lava Ich habe einen Sniper von denen Beide Töten sind zu still Okay Will einer einen Sniper haben Vermutlich Mastercraft Ich pack die vor den Stall Ich werde das bewusstlos Ich nehme die gerne Du bist du bewusstlos Wo bist du bewusstlos Noch nicht So etwas zum Schlag Ähm Der fliegt mich Richtung Oh Gott Von der Lava weg Nee fliegt wieder her Oh Gott Die sind die mit zwei Quetzel Oh Gott Die werden dich gefangen nehmen Die haben die Bazooka Die haben die Besucher Die haben die Bazooka Ich muss einer mir callen Das Problem ist Sollte ich dich schon lange Unmäßig schlagen können Ich weiß nicht mehr wo du bist Dafür sind zu viele da Auf dem Berg auf dem Berg Aber das kannst du vergessen Ja die sperre mich wahrscheinlich ein Aber ich wäre doch nicht bewusstlos Ich schau die ganze Zeit drauf Ja einer ist von uns Ich bin bewusstlos Gibst du den Rest an die Der Rot ist von denen Du hast kein Problem Wo genau musst du chillen Warte mal Du bist festgenommen worden Ich chill Ich spiel glaub ich ne Runde CS oder so Proxy die haben dich umrechtlich geschlagen ne Wo genau Nee nee Ähm wenn du Von der Lava weg Oben auf dem Berg Joll Ich hab glaub ich Ich hab glaub ich den Quetzpferd allein weggesn Was Was ich lebe Ich bin durchgeschlagen Ich hab einen Ich hab einen Bei einem Spino C ist ein Petri Und ein Adler Oh Fuck Der hat mich Der hat mich Wer bist du Du bist der der nix an hat Ja Leute ihr redet gerade alle durcheinander Findet euch mal Na das war Daxen Wer ist das ähm Dingsbums Wer ist das ähm Ah ich hab die Dingsbums nicht Ich brauch Hilfe Als ob ich den nicht bekommen hab Ich glaub ich hab den Bodal Den Bodal Typ hab ich raus geschossen Ich bin immer noch am Leben man Die haben mich nicht bekommen Ich bin durch die äh Durch den Stein durchgebackt Hä wieso geht das nicht Ich hab die übelsten Bugs Ist das server down Ne der server hat mega lag oder was Ja aber ich bin durch Die konnten mich nicht gefangen haben Ja aber ich bin durch Wo genau ist wollten sie dich denn gefangen nehmen Genau Wenn du gegenüber von der Lava bist Also wenn du über diese Brücke gehst Hoch ähm links Über die Lava Da wo dieser Adler ist Ok der hat mich der hat mich Oh mein Gott Bei einem Spinossee wo man mit dem Boot ankern Da ist mein Vogel Der Petri Die schießen mit Bolas Ich kann nicht zu weit raus jetzt mit dem Quilz Die fangen an mit Bolas zu beschießen Ja ich hab auf die Slyper geschossen Ich hab auf die Slyper geschossen Ich hab auf die Slyper geschossen Der Petri steht jetzt auf K am Berg Könnt ihr töten Geht zum Vulkan Der steht auf K am Vulkan Auf dem Vulkan Auf dem Vulkan Der ist dem wichtig Der ist dem super wichtig Ja ich brauche meinen Vogel Oh Alter der Ballert aber gut geil mit der Shutgun Will einer eine dicke Shutgun? Liegt bei uns vor dem Stein Ja mach ich Ich muss erstmal das Kackvieh hier töten Ich hab einen Ich hab einen Aber bloß Wir haben langsam keine Waffen mehr ne Wir haben jetzt glaube ich Jeden von denen einmal getötet Die werden jetzt so gefühlt im TeamSpeak Wird da sein Ich will meine Waffen wieder haben Mama ich hab meine Super Sniper verloren Lass uns zurückziehen Ich will eine neue Waffe machen Du bist beschossen Locker Ha Keiner Also wenn einer will auf dem Vulkan steht Ein High Level Pity von den Afghans Einer hab ich von denen gekehlt Ein Pity Wo denn? Welcher Vulkan? Ah der fliegt weg Oh der hat unsern Dings Er hat unsern Dings Ich hab einen Ich hab einen Ich hab den Ich hab den Ich hab den Dings von denen rausgeslifert Den Schützen Von der Ballista Leiter uns Gequetzel steht der Afghans Wo? Hat der dich auch gebrabt oder Ich hab ihn Ja der kann nicht fliegen Kannst du rein? Doch der kann fliegen ja Nimm den Dings auseinander Ich brauch halt auch einen Eigentlich hab ich auf dich gehofft Aber irgendwie willst du ihn nicht Ich brauch eigentlich einen Und damit hab ich den Frame gehofft Weil der Flame ist der einzige Der von uns Bowler schießen kann Dass der in die Bowler reingeht Und die Quetzel runterschießt Aber der Flame ist Und die grad bisschen Das Problem ist ich hab zu viel Der Pity Der Pity muss abhauen Ja dann schmeiß doch Dein Gear in die Base rein Wo ist denn das Problem? Ich bin gegratbt worden Immer noch Ich fahr mich hinterher Ich fahr mich hinterher geschmissen Kill den Adler hier Ich muss dann wieder zurückkommen Ist das ein Adler von denen? Ja Kill den Weil es nicht geht What the matter was ist das für ein Vogel? Rett den Rett den Das ist zwar ein Bug Du bist anscheinend durch den Bug gestorben Der kann dich niemals einfach so one-hitten Obwohl doch stimmt Da ist ja nichts an Ich hab den Vogel